Sollte ich verhindern. Da ist noch einer. Das MG ist wirklich eine sehr schöne Waffe. Hier, komm her. Sonst noch wer? Weiß, wer lebt noch. Ha, gut, dass da keiner dran war. Jetzt bin ich wieder so ein Teil. Äh, nichts interessantes für uns. Doch, hier Munition. Gut, Munition. Jetzt sind wir schon hier vorbei. Da müssen wir zu dem blauen mal hin. Davor speichere ich gleich noch ab. Da vorne ist auch schon Speicherhaus. Ähm, hier ist eine Schlucht. Ja. Hey. Genau, hätte ich auch gesagt. Hey. Da ist noch. Ist noch zwei. Die unbedingt zu mir kommen wollen. Tja, dann. Tja, dann. Warten wir die doch mal. Kommt ihr? Ähm, hallo. Dann kommt ihr halt nicht. Muss ich da eigentlich rüber? Ja klar, da ist das Speicherhaus. Ich glaube, ich muss da hin. Anderen Weg wird's nicht geben. Ah, es ist schade. Ja. Kommt ihr halt mal. Ja, ja. Die labern irgendwas immer. Ich meine, schauen wir uns mal das hier an. Achtung. Journal Rufstufe 4. Die Leute halten mich für den Teufel in Person. Es gibt Gerüchte. Ich werde meine Opfer essen und sie lieber erst verletzen, als gleich zu töten. Einfach aus Spaß. Oh ja. Krankheitsstufe 5. Zuckungen, Schweiß, Fieber. Krämpfe wirklich überall. Ich habe das Gefühl, ich könnte daran sterben. Das hört sich beides, ähm, Pro und Contra an. Beides, wie man es sieht. Äh. Ja. Jetzt muss ich da unten irgendwie rum, um wieder hochzukommen. Seltsam, aber scheint der einzige Weg zu sein. Weil oben ging es jetzt nicht rüber. Na ja. Bin mal gespannt, ob es so stimmt. Oh. Ach man. Hier täten so schöne Koffer liegen. Aber die bringen uns ja leider nichts mehr. Dafür liegt hier eine Spritze, die ich nicht gebrauchen kann. Und Munition. Die ich sehr wohl gebrauchen kann. Ah, hier geht's hoch. Ah, hier kann ich rüber. Ah, brauche ich nicht. Kann ich nicht mehr aufheben. Brauche ich nicht. Ja, speichern wir ab. Kann ich mir gleich Munition holen. Spritzen sind auch alle voll. Hier hätten wir sogar noch Kisten, wo wir unsere Waffen tauschen könnten. Und wir machen auf halb zwölf. Also bis jetzt geht's gut voran. Speichern vertan. Insofern ich noch aufnehme, aber ich nehme auf. Das merke ich, weil es leicht ruckelt. Normal läuft es ja total flüssig. Schon interessant. Wir gehen da hin. Kann ich da gleich so rüber? Bin ja mal gespannt. Ja, müsste gleich so gehen. Genau, da unten ist das Flugzeug. Das hört man. Ja, und wir können da rüber. Was gibt's bei dem Blauen eigentlich? Zur Luftlandezunde gehen und die vom Waffenhändler gestohlenen Diamanten zurückholen. Ja. Halt. Zurück. Ach so, das ist die Karte. Toll. Das ist nämlich eine schöne, zuverlässige Waffe. Deshalb hab ich die auch ausgewählt. Weil die eben nicht rostet. Müsst hier sein. Ja. Palissaten. Da ist sogar wer. Und jetzt bist du hier. Das ist so geil, ey. Tut mir echt leid. Arschloch! Wir haben sie! Was? Ähm, hallo. Verdammt, das sind unsere Kumpel. Was? So schießen die auf uns. Ich glaub, die haben was gegen uns. Die mögen uns nicht. Verdammt, was? Wie viel halten die aus? Letzten Spielstand, Laden. Oha. Ähm. Kann sein, ich hab den Dialog unterbrochen. Vorhin. Weiß nicht. Auf jeden Fall sind die nicht grad ansprechend auf uns. Ähm. Da hilft eindeutig, nur MG aufzuflackern. Danke. MG Power. Heftig. Ich glaub, die fühlen sich irgendwie verraten. Ah. Wir haben die doch alle verloren. Ich schau mal hier nach. Bei Kameraden. Stimmt, das sind alle weg. Und das sind alles die, die für tot, ähm, ja, gehalten wurden. Vermisst. Genau, vermisst. Gnadenschüsse, okay. Vermisst. Mhm, sind alle vermisst. Außer der, der ist am Leben. Ja, okay. Ähm. Vom Laster sind ja der Welche gefallen. Oder ne. Wegtransportiert, genau. Wurden die. Als ich in der Kirche geholfen hab. Hab ich sie im Stich gelassen. Aber es ging ja nicht anders. Naja. Und jetzt scheinen die Wüten auf uns zu sein. Hm. Ich hör mir den Dialog mal ganz an, was die sagen. Und zuerst speichere ich auch mal hier. Sonst müsste ich den Weg ja andauernd machen. Okay. Jetzt hör ich mir den Dialog an. Und jetzt bist du hier. Das ist so geil, ey. Machen Sie, erschießen Sie ihn. Schön cool bleiben. Keiner macht dumm halten. Wir haben einen Deal. Er steht allein. Arschloch! Hallo, die halten Granaten aus. Was geht? Finde ich eigentlich nicht normal. Komm. Ich hau mir da jetzt die Spritzen rein. Was geht? Hallo. Hallo. Ich hau mir Spritzen rein. Verdammt. Ich hab' gedacht, wenn ich mir die Spritzen reinhau, dann dürfte mir nichts passieren, aber das war ein Fehler. Das sind ja eigentlich unverbundbar oder sowas. Ich hab' deine Granaten geschmissen. Und jeder andere Gegner, weil's tot. Gut. Die leben aber. Die leben aber. Die leben aber.